Schöne Worte von Bastian Schweinsteiger an seine Frau Seit 2015 geht der ehemalige Nationalspieler mit der Ex-Tennisspielerin Anna Ivanovic gemeinsam durchs Leben, 2016 folgte die Hochzeit. Zwei Söhne krönten ihr Liebesglück. Sieben Jahre, nachdem die beiden sich kennengelernt haben, schwebt das Paar offenbar nach wie vor auf Wolke sieben. Zu Annas 35. Geburtstag überraschte Bastian sie jetzt öffentlich mit einem rührenden Video. Auf Facebook teilte der 38-Jährige nun einen Clip, in dem er seiner Ehefrau alles Liebe zu ihrem Ehrentag wünscht. Weil Anna gebürtig aus Serbien kommt, studierte Basti seine Glückwünsche in ihrer Muttersprache ein, womit er sie bestimmt überrascht hat. Ich liebe dich, teilte der einstige Profifußballer ihr dann noch in englischer Sprache mit. Vor ungefähr zwei Monaten hatte Anna gegenüber Bild ausgeplaudert, dass ihr Mann sie mit den Kindern zu Hause sehr unterstütze. Während sie die zwei Söhne morgens für den Kindergarten fertig mache, fahre Basti die beiden im Anschluss in die Kita. Uns ist es wichtig, dass wir immer für unsere Kinder da sind, hielt die ehemalige Weltranglistenerste im Tennis fest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.